Also das sind erstmal Leute gewesen, die bei mir mit in der Ausbildung waren und dann die Freunde von denen. Ich habe sie dann mitgenommen, weil ich dachte mir so, nee, ein Mädel, was noch gut aussieht und natürlich korrekt bei mir an der Seite sein kann, ne, finde ich immer super. Welches Mädel hast du mitgenommen? Selbstverständlich. Achso, du warst. Danke. Sieht man ja wohl. Sieht man. Und dann kam sie irgendwann noch zu mir so, ich glaube, ich habe gekotzt. Und ich so, wo warst du denn? Sie so, ja, mitten im Wohnzimmer. Und ich komme auf die Party. Ich so, die hat hier irgendwo hingekotzt und keiner hat das mitbekommen, aber sie hat mitten in dem Raum gekotzt.